Das ist doch nicht mehr ganz richtig. Ich will meine ein bisschen auf Vordermann bringen. Deswegen gehe ich seit Mittwoch jedes Mal nach dem Kurs ins Fitnessstudio. Ich habe das mal vor. Schwanger schafft ihr das alles? Übel. Musst du Brusttraining machen? Dann hängen sie nicht so. Das mache ich dann. Das mache ich dann auch. Oh, shit. Komm mal her, Missy. Ich habe dich vermisst. Nein, ich spiele. Kill your friends. Ja, ich kill ja auch meine Freunde. Die Ruin drin hat, ne? Die Ruin drin hat. Ruin ist ja auch geil. Ich nehme den nicht, weil der einfach so ein unfair Perk ist. Guck mal, ich bin sogar so fair und zeig Missy den. Oh, super. Wo, wo, wo? Schon vorbei. Verdammt. Ich hätte besser gucken sollen. Was ist hier denn überhaupt? Hörst du nicht die Glocken? Hörst du nicht die Glocken? Bing, bang, bum. Es kann entweder nur der Geist sein. Ruhig. Schere Schacke. Ist die Karte echt so scheiße klein? Fuck die Wand an. Nein, nicht die Richtung, nicht die Richtung, nicht die Richtung. Dann kommt zurück. Oh, oh, oh. Dankeschön. Sunshine. Du bist doch bestimmt Sunshine. Sunshine in the morning. Komm her jetzt hier. Du kriegst den Hintern versohlt, Freundchen. Ist der weg? Oh. Ist der Urin weg von den Generatoren? Ja. Bam. Da Pennywise gerettet hat. Wollt ihr gerade helfen? Hallöchen, Püppelchen. Nicht rüberspringen, bevor ich nicht drinne bin. Du musst mich erst mal fangen. Das kriegen wir hin. Darf ich dich denn bekämpfen? Na, scheiße. Mehr Anlauf, schneller die Sprint-Taste drücken. Dann wärst du rüber gejumpt. Ich spiele mit Controller. Ich bin ganz hart auf. Boah, voll der Harte kommt in den Garten. Ich spiele auch mit Controller. Dann wickel doch. Wickel um dein Leben, Bitch. So, guck mal, Bitchchen. Hoppala. Das ist richtig, Aquamia. Schönheit ist halt eben Ansicht am Auge des Betrachters. Ja, immer am Auge des Betrachters, ja. Ich finde, du hast das Schönheitsideal, was sie einem alle aufzwingen. Echt brutal. Ja. Muskeln und durchtrainiert, ne? Muskeln, durchtrainiert, schlank, aber große Brüste. 90, 60, 90. 90, 60, 90. Das ist doch kacke. Dankeschön. Alles klar, es hat dich getroffen, oder was? Nein, ich stand noch zu weit davor, Schnutschelhäschen. Komm her, Küchen. Du ziehst sie zu früh. Komm weg. Komm weg. Ah. 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 Erst ziehen, wenn ich da bin, nicht schon vorher. Ich seh dich. Ey. Hast du auch hinter dem Reifenstapel zu hocken? Mit der Ketteule. Oh no. Mit was soll ich denn sonst? Du kannst aufhören, dich da zu heilen. Das hinterlässt Narben, weißt du das? Auch wie sie ein Nurse Calling drin hat. Hahaha. Oh, das ist jetzt echt. So. Ich weiß nicht, wie die hier nach Bauen geht. Ja, da, da, da. Steht doch da noch. Ist doch nicht weggegangen. Ähm. Okay. Ich weiß. Ich weiß. Das erzählt mal dem derjenigen, der hier gerade Kratzspuren hinterlassen hat, bitte. Dankeschön. Hebt ihr den nicht ab? Wann habt ihr da für lange gebraucht? Da gehe ich kurz in den Generator treten und dann weg und was macht ihr? Holt ihn nicht runter. Das war nicht nett. Ah! Macht er sich vor Scheiß Schreck in die Hosen. Wahnsinn. Ich gehe an Marcel Timmer. Nein, war's nicht. Was bringt denn jetzt dieser komische Geek an den Schlüssel? Ihr könnt euch die Luke, wenn alle Generatoren fertig sind. Echt? Ja. Geht denn jetzt hin? Ach, hier sind deine Kratzspuren. Da ist deine Blutspur. Na dann krauchst du. Du hast eine riesenfette Blutstür hinter dir her. Ich glaube, du blutest. Hey, nee. Was heilst du dich auch in meiner Nähe? Bist du doof? Sunshine, hau ab. Nur so nebenbei. Wenn ich Sunshine am Haken habe, brauchst du die nicht abhängen kommen, ne? Gut. Ja, Natur ist nicht so schön. Hi Sunshine. Ah. Schön, dass du dich nicht wehren kannst. Ja, ich habe gerade Sunshine auf der Schulter. Komm Sunshine, wir hängen dich mal hier an. Der hat leider kein Mikrofon. Alles gut. Sunshine. Sunshine Morning. Sunshine Morning. Nein, die Palette macht nie das, was du möchtest, Sunshine. Nein. Ah, bitte. So, können wir uns endlich mal produktiv werden, ne? Ja. Little bit. Little bit. So, jetzt wurde der Generator gemacht. Oh, echt jetzt? Komm her, Schnuckelhäschen. Wir spielen unser einsames Spiel. Geh sterben. Okay, kannst du machen. Nein, das weiß man nicht, ob ich tot bin oder nicht. Ich bin verschwunden auf einem Schrottplatz. Geister sind in der Regel tot. Ich heiße doch nur so. Das heißt doch nicht, dass ich einer bin. Das ist echt unverständlich. Nein, du heißt nicht Geist. Du hast einen anderen sein. Ja, Entschuldigung. Ach man, der ist komplett so gut. I'm walking on sunshine. Oh, Aquamia, Zeichen-Ohrwurm. Och. Mein Würmchen. Ich hab auch noch da lang. Hallo, Schnuckelchen, Missy. Ich hab dich vermisst. Nein. Nein, nimm ihn, nimm ihn. Nein. Hallo. Hab ich dich eigentlich auf meinem Discord-Server? Nein. Ach man. Am meisten, ich wollte ihn gar nicht nehmen. Ich wollte nur den Generator treten, bis sie was gesagt hat. Weg hier. Komm her, Schnuckelhäschen. Ich will nicht. Du kannst ja nicht durch. Mach mal Ausruf für Zeichen. Du sollst da eine Sackgasse. Weil man da rüber gehen kann. Oh wow. Oh man. Das Spiel ist schwierig zu sein. Ja, solltest du öfter spielen. Ah, sehr schön. Guck mal, Haken. Ist der nicht toll? Der ist extra nur für dich. Das fühlt sich ganz flauschig an. Ja, ne? Ich hab nur flauschige Haken. Und rennt in der Seele. Und guck mal, der steht doch genau daneben. Sonst geht's euch noch gut? Und nochmal die Leute, ne? Ja, die sind sehr super. Sunshine, das war falsch. Uns so runterzuholen, obwohl ich noch in der Nähe bin. Mutig, mutig, Sunshine. Mutig, mutig. Die Götter sind hart. Bam! Du wirst jetzt runterkommen. Seh dich da hocken. Mit dem Perk? Also, Addon. Oh, Mann. Da gibt's gleich eine Respekt-Schelle von der Keule. Plopp! Da gibt's eine Doppel-Schelle. Okay. Ich glaub, jetzt bin ich da unten. Leg dich nie mit einer Moni an. Die kann gemein werden. Soll ich Bindern mal rauchen? Oh ja, die hat doch Dings, Nurs. Oh, Scheiße. Ah, hab ich auch, ja. Aber ich hätte euch auch so gesehen. Weil ihr habt noch nicht angefangen, richtig zu heilen. Hab ich euch schon gesehen. In zwölf Metern im Umkreis, wenn ich unsichtbar bin, seh ich euch. Jetzt bin ich mal gespannt. Nurs calling. Ruin. Blutwächter-Omu. Blutwächter ist ein Freddy-Perk. Wenn die Jens alle fertig sind, sind die Ausgänge 60 Sekunden lang versperrt. Nein, nur wenn ich jemanden in der Zeit aufhänge. Genau. Das ist sehr fies. Guckst du gar nicht zu? Was? Ja, du. Man kann zugucken, wenn man nicht kraten. Ah, verdammt. Nein! Irgendwie geht's nicht. Ich kann nicht zugucken. Keine Ahnung. Hallo, Miri. Grüß dich. Du warst ja lange nicht mehr da. Freue ich mich, dass du... mit Sunshine. Sunshine in the morning. Deine Lacka. Was hat denn die denn gehabt? Achso. Ja! Jetzt geht ein Ab bei Ihnen wieder. Das ist der richtige Eingang. Los, komm. Ausgang, meine ich. Das ist so fies, Alter. Das ändern ist richtig fies. Lauf, gelauf, 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 gelauf. Ihr habt keine Chance. Lauf, gelauf. Boah, ist das übel. Hast du ein Schwein, ey? Dass ich dich geblendet habe. Blende, blende, blende. Boah, das ist mies, Alter. Das ist so mies. Was denn? Ihr endet es. Und trotzdem haben zwei überlebt. So, jetzt darf...